Jo, wieder da, Leute. Sorry, ich war kurz am Klo. Oh, die ist ja Zucker. Kann ich da runterschießen? Ach, komm, fick dich. Ich wusste, dass da irgendeine Muschi hinter der Wand steht. Trotzdem war ich nicht aufgepasst. Muschi-Ficker. Scheiß drauf, wir packen die Waffe aus. Alle, alle, alle. Haben wir uns schon mal richtig versteckt? Tot. Wie kann der durch die Wand schießen, bitte? Wie? Das wird zum Geschäft. Gehen wir. Wir müssen zum Aufzug. Wir müssen jetzt vorziehen. Er ladt halt nach, du Hurensohn. Komm halt. Jetzt kommen sie nicht, oder was? Jetzt geht's, oder was? Habe ich mich getäuscht? Es geht doch gar nicht. Ich bitte euch, Leute. Das ist so schwach gespielt. Ja, komm, mach. Wir packen jetzt mal die Schrot aus, beziehungsweise wir strahlen da jetzt mal rein einfach. Wann kommt denn der Erste wieder hoch? Komm her. Okay. Haben wir hier noch Ammo? Nein, haben wir nicht. Die gehen aber ganz deftig ab. Ist jetzt frei? Nicht so ganz, würde ich sagen. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Ammo. Und dann let's hau ab. Was mach ich denn da? Ja, bereit. Ja, bereit. Ja, ja, wir sind... Ja, ja, wir sind doch unter... Woher weißt du das? Was ist das für Irish, ja? Gehen wir. Ne? Pack! Wo ist Pack? Ich lasse ihn nicht zurück! Komm, komm hin! Komm! Okay. Wir müssen Pack sichern, aber ich... Pack! Wo haben sie ihn hingewacht? Du hast und werdest du da? Da vorne ist der Fahrspurt. Und das ist der einzige Ausweg. Wir gehen nicht ohne Pack! Pass auf, ich werde nicht hier unten drauf gehen. Entweder kommst du mit oder du bleibst hier. Ja, hat sich die Sache aber erledigt, ne? Na los, wir müssen weiter. Röcker, vertraust du dem Kerl? Wir haben keine Zeit, Röcker. Röcker, schüttel! Röcker, schüttel! Oh! Jetzt geben wir aber Gummi hier. Mal, mal, mal hier alles sauber. Ja, ist alles sauber. Dann können wir weiter. Alter! Sushi-Fressa! Sushi-Fressa! Ich hab keine Ammo mehr. Ich hab echt keine Ammo mehr, Leute. Ich kann euch... Ach doch, ich hab Ammo. Sorry. Squad-Kill. War hier nicht noch so eine Muschi? Die hier ein bisschen rumgepudert hat. Okay. War das hier nicht ein Gegner? Okay. Okay. Ganz Zucker. Wo fangen wir hin? Ist das der richtige Weg? Yeah. Darum helfst du uns. Tu ich gar nicht. Ihr helft mir. Ich bück mich mal, lieber. Das ist alles, ich will unten machen. Wer ist der Kerl? Dein Partner? Ist das okay? Wo sind wir? Singapur, oder? Das ist ja komisch. Ich bin irisch. Ich bin strecker. Weg. Weg. Scheiße, genau. Du weißt nicht, was da oben ist? Keine Ahnung, hä? Das heißt, Osmo. Du verstehst das nicht? Das ist ja auch, wenn du es rauskommst. Lass ihn zuerst gehen. Kugeln fahren. Wir müssen den Typen fragen. Erwecken wir sehr ehrlich. Ah, da ist eine Waffenkammer, oder was ist das hier? Darf ich hier meine Waffen selber aussuchen? Das wäre nämlich super duper. Ich würde gerne meine Waffen wieder haben. Die ich immer hab. Einfach, weil ich's kann. Was ist denn hier los? Keine Gegner, oder was? Aha. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Das war das Tor. Gut gezielt. Komm schon. Sehr vorsichtig. Das Tor ist offen. Beeilung. Komm schon. Geht's weg. Das ist ein bisschen wie sehr gut. Reden wir mich hier raus. Gut schuss, Rekka. Gut schuss, Rekka. Okay. Woa. Woa. Und wo kommen diese Schüsse? Oh, Kopfschuss. Ganz zucker. Ganz großes Battlefield hier von mir. Ja, was du nicht sagst, Kumpel. Weiter, weiter. Der Ausgang ist doch da, oder? Hab ich gehört. Weiter, weiter, weiter. Uiuiui. Kein Stress. Wo sind die noch? Oh, fuck. Nicht noch einmal. Ich will nicht noch einmal sterben. Diesmal erwischt er mich nicht. Wo bist du? Den haben wir fett erwischt. Zucker. Ist er nicht tot? Nach der Gasattacke? Wer schießt immer noch auf mich? Alles klar. Oh. 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 Wo ist er? Hier war doch noch was. Anscheinend doch nicht mehr. Okay, haben wir auch nichts mehr, was uns besiegt. Okay, ich brauche aber Ammo, Leute. Ganz dringend sogar. Es geht langsam zu Neige mit meinen Munitionsvorräten. Oh, oh. Wo sind sie noch? Da ist die Steuerzentrale. Irish ist ein bisschen. Irish ist bei seinem. Alter, das ist der da. Ja, hab ich ja auch. Das heißt aber noch nicht, dass er fertig ist. Ich muss das halt, was ich das Beste da anziehen. Ich muss das besser aus. Das ist. Oder. Nein, ich muss das Beste. Vielen Dank.